Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now, am Mikro wie immer, euer Eduard. Liebe Freunde, wir müssen heute mal über einen bestimmten Mann sprechen und zwar geht es um Terence Crawford. Dieser siegte nämlich vergangenen Sonntagmorgen im Hauptkampf der Riad Season Card im BMO-Stadion in Los Angeles, im Kampf um den WBA und WBO Interims-WM-Titel im Super-Weltergewicht gegen Israel Madrimov knapp nach Punkten. Nachdem er bereits im Leicht, Superleicht und Weltergewicht Weltmeistertitel sammelte und sich zweimal zum Undisputed King krönen konnte, folgt nun auch ein WM-Titel in einer vierten Gewichtsklasse und so langsam wird es ziemlich Legendenstatus verdächtig, was dieser Mann hier fabriziert. Besonders in seinem vorletzten Titelvereinigungskampf im Weltergewicht gegen den Favoriten Errol Spence Jr. unterstrich er nochmal seine Klasse, indem er den ungeschlagenen und damaligen Weltmeister der WBC, WBA und IBF mit Leichtigkeit deklassierte und vorzeitig stoppte. So eine dominante Vorstellung hatten ihm damals wenige Experten zugetraut, alle vier Titel gleich in zwei Gewichtsklassen zu vereinen. Ja, das gelang bislang nur Alexander Usyk und Najoja in Nui und ihr dürftet wissen, dass ich solche Leistungen sehr schätze und respektiere, gerade in der heutigen Zeit. Crawford ist nun 41 zu 0 mit 31 Knockouts. Er ist technisch unheimlich gut entwickelt, hat ein sehr hohes Ring-IQ, boxt in beiden Auslagen sehr stark, was ihn im Kampfverlauf sehr flexibel macht. Er besitzt über Knockout-Power ein starkes Kämpferherz. Seine Kämpfer garantieren eigentlich immer Action. Das einzige Problem, er ist irgendwie schwierig vermarktbar. Klar, die Boxfans dürften ihn alle kennen, aber in der Vergangenheit war er nicht so der Publikumsmagnet wie zum Beispiel ein Canelo Alvarez oder Alexander Usyk. Seit 2016 musste Crawford nicht mehr über die Runden gehen, stoppte seine Rivalen seitdem immer vorzeitig, darunter Ex-Champions wie Kell Brook, Sean Porter und Errol Spence Jr., bis jetzt zum Kampf gegen Weltmeister Israel Madrimov. Der gebürtige Usbeke erwies sich als richtiger Härtetest für Crawford. Terence hatte stellenweise Probleme, seinen Rhythmus zu finden. Madrimov glänzte mit hervorragender Beinarbeit und strahlte mit seiner Schlagkraft immer eine gewisse Gefahr aus. Crawford musste auf der Hut sein, bis sich dennoch durch die Runden durch und schaukelte das Ding knapp über Punkten nach Hause. Ich bin mir sicher, dass einige Leute von euch, die den Kampf verfolgt haben, vielleicht Madrimov vorne gesehen haben. Wie gesagt, der Kampf war sehr eng. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wen ihr vorne hattet. Meiner Meinung nach hat es für Crawford gereicht, gerade weil er in den letzten Runden auch mal aufgedreht hat. Es gibt zur Zeit einige Boxstars, die zweifellos zur absoluten Elite im internationalen Boxsport gehören. Alexander Usyk, Canelo Alvarez, Inoui und Terence Crawford zählen beispielsweise zu den aktuellen Boxern im sogenannten Pound-for-Pound-Ranking. Alexander Usyk nehmen wir da mal vorweg. Er ist undisputed in der Königsklasse und die steht nun mal von der Rangordnung ohnehin über allen anderen Klassen. Aber Schwergewichtler werden eigentlich in Pound-for-Pound-Rankings gar nicht erst inkludiert. Das hat auch seine Gründe. Der Schwergewichtsweltmeister ist halt ohnehin the baddest man on the planet. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Meiner Meinung nach hat sich Terence Crawford langsam aber sicher vor allem mit seinen letzten Kämpfen an die Spitze dieser Rankings gemausert. Was dann bedeutet, er ist aktuell der beste Boxer, den wir abseits des Schwergewichts herumlaufen haben. Undisputed im Super-Leichtgewicht, Undisputed im Weltergewicht, dominiert einen Errol Spence Junior mit Leichtigkeit, jetzt Weltmeister im Super-Weltergewicht und schlägt den wahrscheinlich stärksten Champion mit Madrimov in der Klasse. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Er ist bis heute ungeschlagen, wird aufgrund seiner Errungenschaften auch häufig mit Floyd Mayweather verglichen, wobei er im Boxstil einen deutlich größeren Offensivdrang hat. Jetzt hat er die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben und im Super-Weltergewicht auch noch alle vier Titel zu vereinen und damit in drei Klassen undisputed zu werden, was nicht gerade unwahrscheinlich wäre. Oder er hätte die Möglichkeit, einen Mega-Fight gegen Canelo Alvarez anzunehmen, denn Türki El El Sheikh, Vorsitzender der General Entertainment Authority Gruppe in Saudi-Arabien, der die Fightcard zusammen mit den Promotern Bob Arum und Eddie Hearn auf die Beine stellte, versprach erneut, dass er alles tun werde, um einen Kampf zwischen Crawford und Saul Canelo Alvarez zu arrangieren. Das wäre ein Mega-Fight mit einem hohen Risiko für Crawford, da Canelo aus dem Super-Mittelgewicht kommt und physisch einen klaren Vorteil hätte. Sollte er jedoch das gewinnen, gibt es für mich keine Frage mehr, wer die Nummer 1 im Boxen ist. Auch jetzt schon sehe ich Crawford ganz weit oben. Er ist irgendwie ein Name, der schnell mal übersehen wird oder von der Boxpresse nicht so viel Rampenlicht abbekommt, weil er einfach nicht die riesen Fanbase hinter sich hat. Vielleicht finden ihn auch einige Fans etwas unsympathisch. Ich persönlich finde, dass er ein genialer Mann im Ring ist. Ex-Promoter Bob Arum biss sich auch schon die Zähne an ihm aus. Er sagte sogar einst im Interview, dass er mit Crawford mehr Minus als Plus gemacht habe. Das ist schon eine harte Aussage. Aber sportlich kann man Crawford nur bewundern mit seinem Aufstieg aus dem Leichtgewicht bis ins Super-Weltergewicht. Vier Gewichtsklassen, immer noch ungeschlagen. Das ist eine starke Leistung und wer weiß, wo die Reise noch hingeht mit ihm. Vielleicht ja alle vier Titel im Super-Weltergewicht vereinen, vielleicht nochmal im Mittelgewicht angreifen oder halt im Super-Mittelgewicht Canelo Alvarez. Er hat jetzt viele Optionen und vor allem den Rückhalt von L.L. Shake. Der will nämlich Crawford nun in großen Kämpfen sehen und unterstützt ihn dabei. Das war es soweit von mir zu diesem Thema. Was ist eure Meinung? Wer ist der Pound-for-Pound-King auf eurem Zettel? Ist es vielleicht doch Canelo Alvarez, Inui oder doch Lomachenko? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Content. Aktiviert die Glocke und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020